Jürgen Kreu ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Er war Fußballtorwart und Fußballtrainer in der DDR-Oberliga, der höchsten Fußballklasse des DDR-Fußballverbandes. Dort spielte er für die Betriebssportgemeinschaft Motor Sachsenring Zwickau, mit der er zweimal Pokalsieger wurde. Mit 94 Alländerspielen ist Kreu Rekordtorwart der DDR-Nationalmannschaft. Mit der DDR-Olympia-Auswahl gewann er 1976 die Goldmedaille. Er wurde dreimal zum DDR-Fußballer des Jahres gewählt. Fußballlaufbahn, BSG-Motor Sachsenring Zwickau nach dem Kreu, Sohn eines Kfz-Klempners, vom achten Lebensjahr an acht Jahre lang für die BSG-Aktivist Karl Marx Zwickau gespielt hatte und dort zunächst als Mittelstürmer begann. Wurde er 1963 als Torwart zum oberligisten BSG-Motor Zwickau delegiert. Dort wurde er zunächst in der Junioren- und Reservemannschaft eingesetzt. Und mit Beginn der Saison 1965-66 löste er den ausgeschiedenen bisherigen Oberliga-Stammtorwart Peter Mayer ab. Sein erstes Oberliga-Spiel war die Begegnung des 2. Spieltages am 18. August 1965 Hansa Rostock Motor Zwickau. Bereits in seiner ersten Oberliga-Saison wurde Kreu mit 24 von 26 möglichen Punktspielen neuer Stammtorwart der Oberliga-Mannschaft. Mit seinen Idealmaßen sowie seiner robusten Gesundheit blieb Kreu bis 1981 unangefochten die Nummer 1 im Zwickauer-Tor. Von den in dieser Zeit ausgetragenen 416 Oberliga-Punkt-Spielen bestritt er 372 Partien und kam damit auf eine Quote von 83,4 Prozent. Lediglich in den Spielzeiten 1972-73 und 1978-79 setzten ihn Verletzungen für längere Zeit außer Gefecht. Die fünf Versatztorhüter zu Kreuzzeiten hatten so nie eine Chance in der Oberliga Fuß zu fassen. Lediglich Günter Kirschig und Gerd Pischel konnten kurzfristig von Kreuzverletzungen profitieren. In den Jahren 1967 und 1975 gewann Kreu mit Motor bzw. Sachsenring den DDR-Fußballpokal. In dem dramatischen Endspiel 1975 wurde Kreuz zum Held des Tages, als er gegen Dynamo Dresden im Elfmeterschießen zwei Dresdner Schüsse hielt und den Siegtreffer zum 4 zu 3 selbst erzielte. In den Jahren 1967 und 1975-76 bestritt Kreuz alle zehn Europapokalspiele der Zwickauer. Im Achtelfinalspiel gegen den AC Florenz war er erneut als Elfmeterschütze erfolgreich und hatte damit entscheidenden Anteil am Erreichen des Halbfinales. Zwickaus größtem Erfolg im Europapokal. Kreuz spielte seine letzte Oberligasaison 1981 still. Selbst im Alter von 34 Jahren stand er noch einmal alle 26-Punktspiele durch und wurde damit mit 372 Einsätzen. Zwickaus Rekordtorwart in der DDR-Oberliga und erreichte hinter Alois Glaubitz Platz zwei in Zwickaus Spielerrekordliste. Von 1975 bis zum Karriereende war Kreuz Mannschaftskapitän. Obwohl er ab 1967 Nationalspieler war, hielt er der Zwickauer Betriebssportgemeinschaft die Treue und widerstand den Forderungen des DDR-Fußballverbandes, sich als Nationalspieler wie üblich einem Fußballklub anzuschließen. In den Jahren 1972, 1976 und 1978 wählten die DDR-Sportjournalisten Kreuz zum Fußballer des Jahres. Aus Wahlspieler 1963 wurde Kreuz in das Aufgebot der DDR-Junioren-Nationalmannschaft aufgenommen. Am 13. Oktober 1963 absolvierte er in der Begegnung DDR-Rumänien sein erstes Junioren-Länderspiel. Bis 1965 wurde er in insgesamt 16 Länderspielen der DDR-Junioren-Auswahl eingesetzt und stand 1965 auch in der Mannschaft, die nach einem 3-2-Sieg über England das UEFA-Junioren-Turnier gewann. Nahtlos schlossen sich bis 1968 fünf Länderspiele mit der DDR-Nachwuchs-Nationalmannschaft an. Am 15. Mai 1967 bestritt Kreuz in Helsingborg bei 0 zu 1 gegen Schweden sein erstes Spiel mit der A-Nationalmannschaft. Zunächst blieb er noch hinter Wolfgang Blochwitz Ersatztorwart. Erst mit dem Spiel Polen DDR am 20. Oktober 1968 rückte er zum Stammtorwart der Nationalmannschaft auf. Er blieb dies für elf Jahre bis ihn 1979 der jenaer Hans-Ulrich Grapentin ablöste. Am 19. Mai 1981 stand Kreuz im Länderspiel DDR-Kuba zum letzten Mal im Tor der Nationalmannschaft. Damit war er auf 94 A-Länderspieleinsätze gekommen und steht damit an dritter Stelle in der Liste der Rekordnationalspieler und auf Platz 1 der Nationaltorhüter. Sein denkwürdigstes Länderspiel bestritt Kreuz bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, als er beim 1 zu 0 Sieg der DDR über die Bundesrepublik im Tor stand. Seinen größten Erfolg als Auswahlspieler feierte Kreuz mit der DDR-Olympia-Auswahl, mit der er zwischen 1968 und 1976 insgesamt 23 offizielle Länderspiele absolvierte. Nachdem er bereits beim Olympischen Fußballturnier 1972 die Bronze-Medaille gewonnen hatte, gewann er 1976 in Kanada nach einem 3 zu 1 Sieg über Polen die Goldmedaille, wofür er mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber ausgezeichnet wurde. Im gleichen Jahr erhielt Kreuz die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt Zwickau. Seine hervorragenden Leistungen sowohl als Oberligaspieler wie auch als Nationalspieler wurden 1989 mit der Wahl zum besten Fußballer in 40 Jahren DDR gewürdigt. Kreuz hatte noch während seiner Zeit als Fußballspieler 1975 eine Ausbildung zum Diplom-Sportlehrer abgeschlossen. Damit hatte er die Voraussetzung, ab 1982 als Trainer bei Sachsenring Zwickau zu arbeiten. Nachdem er zunächst im Jugendbereich tätig gewesen war, wurde er zu Beginn der Saison 1984-85 zum Trainer der ersten Mannschaft berufen, die seit 1983 nur noch in der zweitklassigen DDR-Liga spielte. Bereits in seinem ersten Jahr führte er die Mannschaft in die Oberliga zurück, stieg aber postwendend wieder ab. Ihm gelang 1988 zwar der erneute Aufstieg, aber er wurde für die Oberligasaison 1988-89stel durch Udo Schmuck ersetzt. Öffentlicher und beruflicher Werdegang Im Juni 1989 wurde Kreuz für kurze Zeit bis zu dessen Auflösung zum Vizepräsidenten des DDR-Fußballverbandes berufen. Als nach der Wende von 1989 die BSG Sachsenring in den FSV Zwickau umgewandelt wurde, nahm Kreuz Funktion im Präsidium und Aufsichtsrat des Vereins wahr. Im September 1994 wurde er zum Bürgermeister für Kultur, Schule und Sport gewählt. Von 2000 bis 2010 war Jürgen Kreuz Geschäftsführer der Kultur-, Tourismus- und Messebetriebe Zwickau GmbH. Von 1976 bis 1982 war Kreuz wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Pädagogischen Hochschule Zwickau und arbeitete danach als Sportlehrer. Nach der Deutschen Einheit trat er zunächst als Repräsentant der Sportartikelfirma Puma auf und übernahm später eine Tätigkeit als Verlagsleiter bei Drei Westsächsischen Anzeigen blättern, Erfolge im Überblick, Goldmedaille bei Olympia 1976 3 zu 1 gegen Polen, Sieger beim UEFA Juniorenturnier 1965, Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 legendär, 1 zu 0 gegen die BR Deutschland.